Setz dich hin, stellt sich den Wecker auf 10 Minuten und beobachtet einfach mal, was hochkommt, was da überhaupt für Themen da sind. Lässt die einfach mal da sein und versucht die anzunehmen. Und wenn bei sowas halt auch Themen hochkommen, die jetzt nicht gerade was mit dem aktuellen Alltag zu tun haben, dann merkt man halt definitiv, dass es was Altes ist. Hi Leute, heute geht es darum, um diese psychisch-emotionale Entgiftung. Wann weiß ich, wenn Emotionen hochkommen, dass es jetzt was Altes ist, das sich halt gerade reinigt und wann nicht? Darum geht es heute. Okay, und zwar, es ist halt ein schwieriges Thema, habe ich schon oft gestellt bekommen, die Frage. Und zwar, woher weiß man, dass es jetzt wirklich so eine emotionale Entgiftung ist, dass alte psychische Themen hochkommen? Weil es ist ja alles immer verbunden, Körper, Psyche und Emotionen auch. So, wenn man sich freut, dann wirft man die Hände in die Luft als Kind und es ist alles immer auch mit der körperlichen Haltung verbunden. Und dementsprechend ist halt umgekehrt genauso. Und wenn man jetzt beginnt, den Körper eben über eine Ernährungsumstellung, Bewegung, Atemübung, sonst was, zu reinigen, zu entgiften, den Körper, dann passiert es halt auch, dass alte Emotionen, die man irgendwann vielleicht nicht verarbeitet hat, hochkommen. Also so viel mal als Hintergrund. Und wann weiß man aber jetzt, ist es was Neues, Neuproduziertes, wo man einfach nicht richtig die Situation jetzt handelt? Wann sind es alte Sachen? Und es ist auch ein sehr schwieriger Grab, muss ich zugeben. Wann man es zum Beispiel relativ eindeutig merken kann, ist, wenn man sich wirklich mal Zeit und Ruhe nimmt. Und wenn zum Beispiel was hochkommt, was Emotionales, was jetzt gerade überhaupt nicht irgendwie angesprochen wird durchs äußere Umfeld. Und wenn das halt auch zum Beispiel vermehrt dann auftaucht und immer wieder, auch in Situationen, die damit nicht wirklich direkt oder auch nicht in so einem indirekten Zusammenhang stehen. So, da kann man halt dann auch beobachten, wann steht diese Emotion, wann kommt man in diese Rage rein. Und dann kann man halt auch den Unterschied da immer besser merken, ist es gerade irgendwie was Altes, was vielleicht auch wieder durch was Neues getriggert wurde, angesprochen wurde. Oder ist es halt wirklich was, wo man gerade einfach nicht richtig handelt, wo man nicht richtig umgeht von der geistigen Einstellung her, von den Emotionen her. Ja, das ist halt mal so ein Unterscheidungsmerkmal, das man halt machen kann. Und man kann sich dann halt auch mal bewusst Zeit nehmen. Und wenn man sich halt einfach nur Zeit nimmt, man sitzt nur still mit dem Herrn Raum, nimmt sich dafür immer eine Stunde Zeit und es kommen einfach immer wieder ähnliche Gefühle, ähnliche Gedanken hoch, dann sind das halt meist irgendwelche alten Sachen. Und ja, da ist es eh immer sinnvoll. Ist ja auch egal, ob es was im Grunde was Altes oder Neues ist. Das Wichtige ist, dass man lernt, seine Emotionen, seine Gefühle und die Psyche so zu steuern bzw. das Ganze so zu verarbeiten, dass man dann nicht mehr diese Anhaftungen hat und sich damit besser fühlt, die Dinge wirklich halt anschaut, wie sie sind. Und dazu habe ich aber noch ein anderes Video gemacht, auch wie man halt Emotionen annimmt, verarbeiten kann. Es gilt halt erstmal das Ganze natürlich dann immer anzuschauen, wahrzunehmen, ohne das irgendwie zu beurteilen, zu verurteilen. Und das ist immer sehr leicht gesagt natürlich, aber das ist halt auch ein Lernprozess, wo einfach mit der Übung auch kommt und mit dem Bewussten sich immer die Zeit zu nehmen, am besten regelmäßig. Zum Beispiel kann man sich auch einfach jeden Tag mal einen Wecker, man kann mit 10 Minuten zum Beispiel anfangen. Setzt sich hin, stellt sich einen Wecker auf 10 Minuten und beobachtet einfach mal, was hochkommt, was da überhaupt für Themen da sind. Lässt die einfach mal da sein und versucht die anzunehmen. Und wenn bei sowas halt auch Themen hochkommt, die jetzt nicht gerade was mit dem aktuellen Alltag zu tun haben, so wirklich, dann merkt man halt definitiv, dass es was Altes ist. Tja, also da kann man es halt sehr eindeutig sagen. Und irgendwann bekommt man halt auch ein besseres Gefühl dafür, ob das jetzt eher was Altes ist oder halt was Neugeschaffenes. Aber in beiden Fällen ist es halt so die Lösung dasselbe. Also da sollte man halt immer noch mehr darauf hinarbeiten, dass man da merkt, okay, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich, wenn da was kommt, einfach besser in meiner Balance, Stabilität bleiben? Ja, das wollte ich heute einfach mal mitgeben. Und ansonsten, wenn dir das weitergeholfen hat, gerne Daumen nach oben, das Video teilen, damit es anderen helfen kann. Und ja, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und ansonsten wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und ja, bis bald, bis zum nächsten Video. Ciao. Und ja, bis bald, bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020